Da ist mit allen Köln rein, weil das dürfte nicht passieren, dass passiert was. Also meine Kinder rufen uns an die Kühn-Stadt. Meine Tochter wird geschaffen gehen und sie sagt, nee, Schatz. Ich finde, die sind da gewohnt, weil er ja, aber nicht statt. Gar kein Fall. Die haben eben gar nicht so viel Kräfte zur Verfügung stehen, wo wollen die denen herzaubern? Ja, ja. Dann noch andere Demos, Kollegen sollen eine Demo machen in Köln. Dann für Tierschutz noch eine Demo in Köln. Eine große mit über 400 Leute. Wenn das wirklich so ist, haben die ja wieder Zeit, ein bisschen aufzubauen. Das werden am Sonntag verdammt viele vom Fahrzeugen gesagt. Ich glaube, wir schreiben am Sonntag spätestens eine Geschichte. Das müssen wir jetzt die Woche schon mit fixieren. Die wollen sehr dichter. Also auch zu Spaß, weil das ist echt. Aber letzten Sonntag haben alle Demonstranten gleichzeitig mit Golfen. Die Bilder sind göttlich gewesen. Die alle waren in den Baum schleppen, das ist mein Feld. Hast du halt Video gesehen danach? Ja, wir waren ja hier. Wir haben das ja gesehen. Wir sind morgens ganz alleine im Wald durch mit meinen Kindern. Und plötzlich kamen diese ganzen Menschen und alle waren am schleppen. Und wir haben gesagt, krass, jeder hat irgendwas mitgenommen. Und dann haben die 20 Polizisten in diesem Baum schon ausgekriegt. Ja, ja, das hat aber der Bulle, dieser David Young, das ist ein Bull. Also der hat die ganze Liste voller Bullen. Ganz vorsichtig mit dem. Der hat auf die Bilder gefürztet, dass hier diese Metallzacken aus dem Boden sind. Ich habe auch völln Angst vor Metallzacken im Boden. Da habe ich dem auch gesagt, was ist so für'n Arsch. Das ist eigentlich einer, der auf Antipas-Demos auf unserer Seite publografiert hat. Dem fange ich öffne euch jetzt an. Das ist die Firma Wasel. Wasel ist eigentlich eine Tochterfirma von LBE? Nein. Nein. Weil irgendjemand eine Dame aus Kühe hat mir das nicht erzählt. Was ist das? 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 Was ist das in der Mitte? Es ist Polizist, oder? Ja, ja. Ja, schön. Okay. Polizei ohne Dinge Ohne Nummer Ja auch Und dann noch einer So Aber das meinte ich vorhin Aber ja doch Ich schaue so voll Ja 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das sollte gerade wieder nicht sein.